Wir müssen die Arbeitsgemeinschaften wieder stärken in der SPD. Die Arbeitsgemeinschaften sind wichtig für diese Partei. Sie haben in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt, dass diese Partei in der Zivilgesellschaft gut verankert ist. Deswegen heißt es jetzt Arbeitsgemeinschaften stemmen. Und besonders die ASF. Nicht nur, weil ich lange Jahre ASF-Landesvorsitzende war, sondern weil ich zutiefst der Überzeugung bin, die Gleichstellung ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und es geht immer um Macht, Zeit und Geld. Und das, dafür schreitet die ASF. Und die Frauen müssen da einiges erreichen. Wir wollen sie unterstützen.